Hallo, ich bin Konstantin Rausch. Ich bin Profi von Hannover 96. Das Internet ist eine der größten Erfindungen der Menschheit. Es ermöglicht uns allen, dass wir mit unseren Freunden weltweit chatten, skypen, spielen, aber auch gemeinsam lernen können. Leider gibt es aber auch Leute, die mobben, groomen, betrügen oder noch Schlimmeres tun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und als ich warte, für meine Träume zu sein, als ich warte, ich bin in der Reine. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier schauen wir nicht untätig zu. Uns ist es wichtig, dass du weißt, wie du dich im Netz richtig verhältst. Die Polizei Hannover kooperiert mit der Projektschule und vereinbart Ziele. Lehrkräfte der Kooperationsschulen machen wir fit für die Themen des Web 2.0. Spannende News und interessante Links zum Projekt gibt es auf der Internetseite und bei Facebook. Der Test zur Cyberlicense. Unsere Schüler zeigen, was sie gelernt haben. Im Netz ist es wie im Fußball. Wenn du die Tricks und Finden der Gegner nicht kennst, spielen sie dich aus und du gehst am Ende als Verlierer vom Platz. Macht den Medienführerschein. Ich finde deshalb die Idee der Cyberlicense super. Internetkompetenz ist angesagt. www.cyberlicense.de Für euch auch bei Facebook. Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF für bounces.: ate Gute Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017